99.99% Ja hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video Wie ihr seht aus aktuellem Anlass Vor 4 Tagen hochgeladen Vom Spiegel Eine kleine Reportage über Attila Hildmann Der ja vom Mainstream quasi zur Gallionsfigur geformt wurde Der rechten Verschwörungsspinner Szene Ja man arbeitet ja so dass man alle möglichen Theorien In einen Topf packt und damit der Nazi Keule drauf haut Und hier hat man das ganz besonders wieder getan Und an dem Bericht sind mir wirklich Sehr viele Ungereimtheiten aufgefallen Die darauf schließen lassen dass Attila Hildmann Teil dieses Spiels ist Und ja hier einfach nur eine Kunstfigur verkörpert Die über Jahre aufgebaut wurde Um jetzt im Finale sozusagen Ein bestimmtes Bild zu vermitteln Ja es geht ja für die Verschwörer darum Die Masse der Leute abzuholen Und sie auf ihren Weg zu bringen Und von der Wahrheit abzulenken Und da macht es natürlich Sinn Die Aufklärer Szene zu kontrollieren Und das hat man mit Attila Hildmann offensichtlich sehr gut gemacht Um jetzt das Bild des verrückten rechten Verschwörungsspinners Ja den Leuten einzutrichtern Und dass jeder der Kritik am System äußert Und auf bestimmte Themen versucht zu sprechen zu kommen Als Rechter dargestellt werden kann Als Aluhut tragender Rechter Esoterischer Verschwörungsspinner Das ist immer dasselbe Spiel Dass man diese ganzen Sachen nimmt Und in einen Topf wirft Und da mit der Nazi-Keule draufhaut Also das ist wirklich heftig Allein schon Allein schon dieses Thumbnail hier Wie er da abgelichtet ist Also auch ein Augensymbolik Das ist auch sehr auffällig So und jetzt möchte ich aber mal Ich werde das Video nicht abspielen Weil ich keine Lust habe mir hier Irgendwelche Verstöße einzufangen Deshalb werden wir das einfach mal Ich habe mir Stichpunkte gemacht Dann werde ich hier zu kurz mal was sagen Also hier am Anfang ist schon mal auffällig Bei Minute 25 Wo sie ihn fragen Was er jetzt so die letzte Zeit gemacht hat Er holt sich von seinem Kampf Gegen das Corona-Regime sozusagen Und er grinst teilweise Auch an anderen Stellen hier sehr schämisch Und Ja bei Sekunde 35 Da Ist dann die Rede von einem Fronturlaub Und überhaupt diese militärische Ausdrucksweise Die ihn als radikalen Militanten Spinner darstellen soll Also die Wortwahl Die hier getroffen wird Ist schon wieder so eingenordet Und Und Also Beeinflussend Für Dritte Die jetzt nicht so tief in der Materie Drin stecken Also da wird ein eindeutiges Bild gezeichnet Und Was da bei Leuten dann im Kopf hängen bleibt Die Da nicht so involviert sind In diese ganzen Themen Das ist dann klar Auch hier Bei Minute Bei Sekunde 59 Da spricht er teilweise die Wahrheiten an Also von wem das alles ausgeht Speziell zwei Gruppierungen Wo ich Absolut ja sage Also Freimaurer und Leopoldina Und dann aber Spricht er von Kommunismus Was wieder so Ja das ist so So Verallgemeinernd Und trifft überhaupt nicht den Nagel auf den Kopf Man Man kann nicht einfach Freimaurer, Leopoldina und Kommunisten Als Verursacher da in einem Satz nennen Das ist total unglaubwürdig Ja auch hier bei Minute 4 und 21 Sekunden Also da filmen sie ihn hier dann zu Hause Auch hier interessant Vorm Computer Mit der Reichskriegsflagge Wird er da Schön Abgefilmt Und überhaupt Die Atmosphäre Bei ihm zu Hause Jetzt mit dem Kamerateam Es ist Es ist so Als wenn Als wenn da irgendwelche Freunde von ihm wären Und ihn filmen Er ist total ruhig Also Das ist sowieso Das Das Verrückte da dran Dass er sich vor die Kamera stellt Obwohl er doch genau wissen müsste Wie Spiegel das dann Hinterher In dem Bericht dann darstellt Er müsste doch Also er Er könnte Er dürfte ja nicht einfach die Ruhe selbst sein Das ist ja total unglaubwürdig Es ist alles Also von vorne bis hinten gestellt Geskriptet Auch dass er hier im Garten ist Und da Sich beim Trainieren filmen lässt Das ist alles Das ist alles gestellt Wenn ihr mich fragt Ja was da auch mit Für Begriffen dann Wieder um sich geworfen wird Also bei Minute 44 Sekunden Verschwörungsquark Er könnte da sein Verschwörungsquark In seinen ganzen Foren Wo er unterwegs ist Da unter die Leute bringen Allein Allein dieses Wort Verschwörungsquark Das ist so Das ist so beeinflussend Ja und natürlich Muss dann in so einem Bericht Muss dann hier auch wieder Die Expertin kommen Von der Von der Stiftung Mal gucken Von der Amadeus Antonio Stiftung Die Frau weiß natürlich Bescheid Und die Erzählt dann hier den Leuten Dass alles Also dass Dass es das schon länger gibt Und dass Leute das schon Vor Jahrhunderten gemacht haben Also die Theorie geäußert Dass es eine Machtedite gibt Die Die Welt kontrolliert Aber das ist natürlich alles rechts Und Ja das ist einfach nur Verschwörungskram Und solche Leute Wie Attila Hildmann Hätten dann Ja ein Mitteilungsbedürfnis Und Ja aber Wie kann man denn auch anders Als dieser Frau Das glauben Ich meine sie ist ja von der Amadeus Antonio Stiftung Also hier bei Minute 25 Sekunden Da wird dann versucht der Sache Also so viel Rechten Flair Zu verpassen Wie es nur geht Alles Alles wird über einen Kamm geschert Und Ja es ist Nur die Nazi-Call Hier am Start Mit der hier gearbeitet wird Auch hier Sieht man Da grinst der dann wieder Und es kommt 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 einem so vor Als ob er die Antwort Als ob er die Frage Schon Schon Also als ob er schon Bevor die Frage gestellt ist Weiß was 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 der sagen will Und dann fängt er schon vorher an zu grinsen Das ist echt Sehr sehr verdächtig Ja hier Das wusste ich auch nicht Dass er hier so eine krassen Reden geschwungen hat Also er In den Reden die er da Vorm Reichstag Vorm Stapel gelassen hat Da Da kommt er auch so aggressiv rüber Und seine Mimik Und seine Ausdrucksweise Das ist wirklich Wie das hier dann auch In Minute 11 Des Berichtes Gesagt wird Er heizt die Stimmung Vorm Reichstag an Er ist dazu da Um die anzuheizen Ja die Leute müssen angeheizt werden Weil das ja alles So eine rechten Verschwörungsnazis sind Ja was mir auch Sehr negativ aufgefallen ist Und was überhaupt nicht sein kann Und ich niemals An seiner Stelle gemacht hätte Wenn ich versucht hätte Das irgendwie seriös rüber zu bringen Dass er sich dann hier Eine Uniform anzieht Ja hier geht es dann Jetzt ums Impfen Wenn dann Wenn dann der Staat So weit ist Und alle zwangsgeimpft werden Dann Ja werden die hier Mit so einer Uniform rumrennen Die Verantwortlichen Also warum macht der sowas Warum macht der sowas Wenn das nicht von vornherein Gestellt ist Das verstehe ich Das verstehe ich nicht Man weiß doch wie der Mainstream Verfährt mit Mit Leuten die nicht systemkonform sind Ja und was dann jetzt auch noch gezeigt wird Ist sein wirtschaftlicher Abstieg Obwohl ich glaube Dass er für diese Schauspielereien Hier genug Geld hintenrum kriegt Wie er dann entlohnt wird Das kann man sich nur vorstellen Aber da werden bestimmt Gelder fließen Damit seine Einbußen Seine Millionen Einbußen Durch seinen Nicht mehr angebotenen In den großen Märkten Angebotenen Energy Drink Dann wieder ausgeglichen werden Beziehungsweise Vermute ich Dass das mehr als ausgeglichen wird Für das was er hier abzieht Ja ich würde auch schon so weit gehen Und sagen Der ist von vornherein erfunden Eine Kunstfigur Die genau das jetzt Dieses Bild abgeben soll Also man versucht echt Seinen finanziellen Absturz So schmerzlich wie möglich darzustellen Und dass man sich ja Wenn man Auch ein Promi ist Bloß nicht mit diesem Rechten Verschwörungsquark Auseinandersetzen soll Weil es einem dann ja genauso ergehen wird Das soll also In den Köpfen hängen bleiben Man stellt ihn halt Übertrieben radikal dar Das passt vorne und hinten nicht Das passt einfach vorne und hinten nicht Auch wenn sie ihn hier mal festgenommen haben Da auf den Demos Und das hat alles nichts zu sagen Ja und was er hier dann auch zum Schluss sagt Dass er die politische Macht des Landes übernehmen will Also damit war er jetzt Den ganzen noch die Krone aufgesetzt Also das ist ja völlig größenwahnsinnig Und genau das soll der Bericht verkörpern Dass der Typ ein größenwahnsinniger Radikaler, rechter, esoteriker, verschwörungsalutragender Verrückter ist Also das hat man hier echt gut geschafft Muss ich sagen Und ja ich denke mal Einigen von euch wird da auch noch mehr auffallen Mehr Ungereimtheiten Da bin ich mal gespannt Was sich so in der Kommentarleiste wiederfindet Deshalb guckt es euch an Es ist wirklich abgefahren Mit welchen Mechanismen hier vorgegangen wird Und es ist wirklich erschreckend Wie viele in Anführungszeichen Aufklärer Doch nur kontrollierte Oppositionen sind Ja aber wäre ich die Elite würde ich das genauso machen Es ist wirklich genial Das muss man einfach zugeben So wie das alles aufgezogen und geplant ist Psychologisch Ich meine dafür haben sie ihre Thinktanks Es ist wirklich genial Man kann es nicht anders sagen So dann Ja Guck dich das selber an Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video